Shalom, ich habe gerade erfahren, dass ich 30 Minuten predigen soll. Ich habe mich aber für 15 Minuten vorbereitet, also muss ich alles wiederholen. Shalom, ich habe gerade erfahren, dass ich 30 Minuten predigen soll. Ich habe mich aber für 15 Minuten vorbereitet, also muss ich alles wiederholen. Schön hier zu sein, schön euch zu sehen. Ich bin nicht das erste Mal hier, ich glaube das zweite, dritte Mal. Während meiner Ausbildung haben wir hier auch persönliche Evangelisation mit Andreas Bär, warst du? Sondern richtig und mit Rainer Lorenz und da auch mal schön zu sehen, wie Gott am Wirken ist und dass Gott hier wirklich gegenwärtig ist und ich fühle mich wirklich heimisch. Nicht wegen der Internationalität, sondern weil wir in Christus verbunden sind. Es bedeutet mir wirklich immer mehr, meine wahre Familie zu sehen und ich definiere wirklich so meine wahre Familie in Christus. Daher bin ich sehr, sehr, sehr froh, bei euch zu sein, mit euch zu sein, zusammen auch wirklich vor Gott zu stehen. Ich habe eine Predigt über einen Menschen, der mich sehr, sehr, sehr begeistert. Ich ziehe immer wieder so den Hut ab, wenn ich so über diese Person nachdenke. Die Geschichte dieses Menschen hat 41 Verse. Ich werde es aber nicht in einem lesen, sondern werde dann versuchen, so durch den Text zu gehen und da mal zu zeigen, was dieser Mensch, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, alles durchgemacht hat und werde versuchen, das mal so auf unser Leben 2000 Jahre mal zu projizieren. Und mein Gebet ist es, dass jeder von dieser Predigt etwas mitnimmt. Ich werde so die Predigt ein bisschen einteilen und werde dann so in den Abschnitten mal eine Auslegung versuchen. Es steht in Johannes Kapitel 9 von Vers 1 bis 41, da geht es um die Geschichte eines Blindgeborenen über seine Heilung. Und es heißt in Johannes Kapitel 9 Vers 1 bis 4, da heißt es, Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihn offenbart werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und es ist schon interessant, wenn man da so mal bedenkt, worüber die Jünger sich Gedanken machen. Es sind so theologische Themen, aber es ist auch sehr verständlich, denn letztlich sind sie auch mit Gott persönlich unterwegs. Also womit sollten sie sich denn sonst beschäftigen, außer mit theologischen Themen? Und da geht es darum, dass sie herauskriegen wollen, wer denn jetzt nun gesündigt hat. Also wie kommt es, dass er blind geworden ist? Und dabei haben sie sich wahrscheinlich unterhalten und der eine sagte dann vielleicht, ja guckt doch mal in den zehn Geboten, heißt es ja ganz klar, wo Gott gesagt hat, Du sollst dich vor ihnen, in 2. Mose Kapitel 5, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausend von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und es könnte sein, dass sie sich darüber unterhalten haben und gesagt haben, wir hatten jetzt nun gesündigt, er, seine Eltern, wie kam das, sodass sie sich über theologische Themen auseinandersetzen. Aber Jesus gibt da eine ganz klare Antwort und sagt dann halt, weder sie, weder er noch seine Eltern, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Und das ist wirklich so eine Aussage, weil das zeigt, dass Gott am Werk ist, dass Gott wirklich so alles unter Kontrolle hat, dass Gott ganz genau weiß, was los ist. Und dann kommt Jesus und dann heißt es weiter, als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in den Teich Siloah, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend. Und das ist ein absolutes No-Go, würde ich sagen, was so eine zwischenmenschliche Beziehung angeht. Da geht Jesus wirklich dorthin, und sagt zu dem, so jetzt geh dich waschen. Halleluja, preis den Herrn. Wie würdest du reagieren? Würdest du dann sagen, jawohl, habt ihr das gesehen? Der Prophet hat gerade gesprochen und hat mir fett ins Gesicht gespuckt, was dann halt im Orientalischen ein absolutes No-Go ist. Ins Gesicht spucken ist das Erniedrigste, wahrscheinlich auch in einer anderen Kultur. Ins Gesicht spucken ist das Schlimmste, was du machen kannst. Gib jemandem lieber eine Ohrfeige, als dass du ihm wirklich ins Gesicht spuckst. Jesus setzt sich hin vor ihm, spuckt auf den Boden. Ich will es jetzt nicht wiederholen. Und klatscht so oder streicht so die Matsche dann in sein Gesicht und er geht. Und das Interessante ist, was ist diesem Menschen auf dem Weg, wo er dann zu diesem Teich Siloer gegangen ist, so durch den Kopf gegangen? Was würdest du denken, wie würdest dir denn gehen? Was würdest du dir mal vorstellen, von klein an geboren, jeder weiß ganz genau. Also man kann ja mal vermuten, ich meine, wenn die Jünger schon auf die Idee kommen oder auf die Gedanken kommen, na wer hat denn jetzt gesündigt und wenn Sünde da im Spiel ist, dann ist das etwas gegen Gott. Das heißt also, dieser Mensch wurde höchstwahrscheinlich immer als Sünder gesehen. Das heißt also, halt mal mal Abstand. Wie es der Familie ging, wollen wir gar nicht wissen. Weil wir müssen uns ja mal bedenken, dass dieser Lebenskreis ja nicht so eine Großstadt war oder ist, wie wir das hier heute kennen, sondern es war eine Dorfgemeinschaft. In einer Dorfgemeinschaft ist das soziale Leben sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen hast du immer darauf geachtet, wie du gehandelt hast, was du gesagt hast, wie du dich benommen hast, wie du dort standest. Und wenn eine Schuld auf dir lag oder wenn irgendwie deine Kinder oder deine Familie eine Schande über dich gebracht haben, dann musstest du das so schnell wie möglich reinigen, weil du sonst keinen Platz in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft hast. So wie wurde dieser Mann, wie wurde diese Familie denn als jemand, der in Sünde geboren ist, gesehen? Und er kriegt jetzt irgendwas ins Auge, geschmiert durch Spucke. Was ist durch seine Gedanken, was ging so durch deinen Kopf? Ich hätte vielleicht gesagt, ja gut, ich versuche es mal, aber was wäre denn in der Mitte? Wie viele haben mir denn so falsche Hoffnungen gemacht? Wie viele Heilungsmediziner gab es denn zu der Zeit? Wie viele wollten denn nur meine Kohle haben? Wie viele haben mir leere Versprechungen gegeben? Wie oft bin ich zu dem hingegangen, weil ich nicht mehr betteln wollte? Und, 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 und. Wie oft wurde ich betrogen? Wie oft hat man mir ein vom Pferd erzählt? Wie oft stimmte das nicht? Und wer ist dieser Jesus? Habe ich den Jesus gerufen? War ich viel, woanders lesen wir, dass jemand sagt, du Sohn Davids, hab Erbarmen. Über ihn hören wir gar nichts. Über ihn hören wir nur, dass Jesus den gefunden hat, der vorbereitet war von Gott. Er wollte vielleicht, er hat nicht nach Jesus gerufen, aber er wurde von Jesus gefunden. Er hat es nicht ausgesprochen, aber Gott kennt seinen tiefsten Wunsch im Herzen. Und mitten auf dem Weg könnte alles durch seine Gedanken durchgegangen sein und hätte so viele Gründe gehabt, wieder zurückzugehen und sagen, hey, das war's, Dankeschön für die Erniedrigung. Ich will gar nicht wissen, was die Jünger gedacht haben, weil das das Einzige, das war das, ich meine, Jesus hat so oft Blinde geheilt, werde sehend und er ist sehend geworden. Aber in der ganzen Bibel kommt diese Geschichte nur einmal vor, wo Jesus wirklich mal auf eine ungewohnte Art und Weise jemanden wirklich so im Glauben fordert. Glauben, Glauben mit anderen Worten, Vertrauen. Also im Original-Things heißt es hier Pistoio Ace, wird hier übersetzt mit Glaube, ja, Vertrauen, ja. Aber das Dritte, was dann halt nochmal so alles toppt, ist überzeugt sein. Wenn man heute fragt, glaubst du, ja, klar, glaube ich, jeder glaubt. Vertraust du, ein Vertrauen fordert immer ein Gegenüber. Und wenn man dich fragt, bist du überzeugt, dann fordert man von dir, dass du sehr gut recherchierst. Wenn ich dich frage, bist du überzeugt von Gott, dann kannst du diese Frage nur beantworten, wenn du wirklich Gott begegnet bist. Denn es geht um dein Leben, es geht um deine Zeit, es geht um deine Zukunft, es geht um deine Kraft. Bist du überzeugt davon, dass Gott in deinem Leben steht, ist, lebt. Und wenn du diese Frage mit ja beantworten kannst, dann gehst du auch zu diesem Teich. Und was dieser Blinde getan hat, war, er war nicht gläubig, er hat nicht vertraut, sondern irgendwie, auch wenn er Jesus nicht sehen konnte, war er überzeugt. Und das hat sein Leben verändert. Da ging er hin, wusch sich und kam als Sehender wieder. Wisst ihr, wie schön das ist? Wisst ihr, wie schön das ist, auf einmal sehen zu können? Nein, weil wir immer sehen können. Wir werden niemals wissen, wie wunderbar es ist, sehen zu können. Er kommt, zieht den Weg und kann dann halt alles jetzt sich erklären und weiß dann ganz genau, wie der Stein aussieht, wo er dann halt immer umhergelaufen ist, wo er gestolpert ist. Jetzt weiß er dann, wie der Marktschreier aussieht. Jetzt weiß er, wo die Vögeln sind, wo dann halt ihre Neste nisteln. War jetzt nicht korrekt deutsch gewesen, aber als Ausländer darf ich mir das erlauben. Aber ihr versteht mich, das ist die Hauptsache. Und kommt sehend wieder, sieht seine komplette Gesellschaft, sieht seine Gemeinschaft und dann fängt das Eigentliche an. Es heißt in acht weiter, Die Nachbarn und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, Geh hin nach Silo und wasch dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, Wo ist jener? Er sagte, ich weiß es nicht. Was für ein Zeugnis. Warum bist du gläubig geworden? Warum glaubst du an Jesus? Jesus, wie Jesus? Naja, Jesus ist in mein Leben gekommen und Jesus hat mich berührt. Jesus hat mich freigemacht. Jesus, was für ein Zeugnis. Warum bist du gläubig? Jesus, er lebt. Das war's. Wenn du wissen willst, wer dieser Jesus ist, dann begegne Jesus. Dann weißt du, welchen Jesus ich meine. Super Zeugnis, wirklich. Lebendig, hautnah und mehr braucht man auch nicht zu sagen. Sie führen ihn, so, es ist dann halt, alles steht über Kopf. Sie führen ihn, weil sie dann halt es nicht verstehen, was da jetzt gerade geschieht. Sie können ihm nicht glauben. Sie führen ihn, es heißt in 13 weiter, sie führen ihn, der einst Blinden, zu den Pharisäern, also zu den Big Chiefs, zu denen, die das Gesetz kennen, zu denen, die Gott kennen. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich so Leute, die sagen, ja guck doch mal, die Bibel allein, die Bibel, ja natürlich Amen, aber sie setzen da sofort einen Absolutheitsanspruch und sagen, guck mal, alles das, wie wir das hier erklären, das ist so, wie Gott ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit und du versuchst dann halt Gott so ganz direkt zu erkennen, wie Gott ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Pharisäer waren Menschen gewesen, die das Gesetz, die die Regeln kannten, die Gott kannten. So haben sie sich dann natürlich immer wieder proklamiert und die Menschen haben immer wieder auf die Pharisäer geschaut und das getan, was sie gesagt haben. Das waren sozusagen die Päpste unserer heutigen Zeit. Das waren die, die, so der hohe Priester, der zwischen Gott und den Menschen steht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihm, er legte den Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Hammerzeugnis wiederum. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu den Blinden, was sagst du denn von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und es ist schon sehr interessant, worüber sich letztlich ja dann auch die Pharisäer dann auch streiten, weil sie sagen, ha ha ha, Moment mal, Moment mal, derjenige kann nicht von Gott sein, es war Sabbat gewesen. Hm. Am Sabbat ruhte Gott. Und wie kann dann ein Mann Gottes, vor allem jemand, der die Gesetze kennt, der die Regeln kennt, an diesem Tag so etwas tun? Er hat doch sechs Tage die Woche Zeit. Was würde denn passieren, wenn er morgen gekommen wäre? Wäre der Blinde gestorben oder wäre er blinder geworden? Wäre er umgezogen? Er hätte ihn 100% genau an diesem, an dieser Ort und Stelle wiedergefunden, weil er einfach zu gewissen Zeit seine Zeit hat zum Betteln. Warum an diesem Tag? Ha! Da haben wir ihn. Sabbat. Ich meine, es war ja auch nicht das erste Mal, dass Jesus sich mit dieser Sabbat-Frage mit den anderen Hochgelehrten diskutiert oder gestritten hat. Und er sagt, sagt dann auch, es steht in Markus Kapitel 2, Vers 27, ganz klar, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbatwillens. Somit ist der Sohn des Menschenherr auch des Sabbats. Punkt um. Sagt immer mein Sohn, wenn er mit mir nicht diskutieren will. Und sagt Baba, Punkt um. Das war's. Ich glaube, der ist inspiriert von Jesus. Aber die interessante Geschichte ist ja, die interessante Geschichte ist ja, es ist Sabbat. Das heißt, die Leute sind außer sich. Sie wissen nicht, was sie mit dieser Situation anfangen sollen. Neben diesen Sehnen, Ex-Blinden, die ganze Volksmenge rennt Synagoge oder wie es da aussah, weiß ich jetzt nicht und holen die ganzen hohen Priester aus ihrer Ruhe raus. Sie ziehen sich wahrscheinlich ihre Amtskleider an, setzen sich wahrscheinlich so in die Synode, so gerecht und dann so sehr autoritär. und jetzt fallen Fällen oder fallen sie ein Urteil, fallen sie ein Urteil, Fällen, richtig, Fällen ein Urteil, das mache ich extra, um eure Aufmerksamkeit zu sehen, also ich spreche perfekt. Dann fällen sie ein Urteil und sagen, nein, 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 das kann nicht von Gott sein, denn ist es Sabbat. Ja, okay, gut. Wenn es Sabbat ist und man darf am Sabbat nichts tun, warum ist das eine Sünde und nicht das, was ihr tut? Weil ihr fällt diesen Urteil an einem Sabbat. Ihr tretet in Dienst an einem Sabbat, beratet euch an einem Sabbat, kommt zusammen an einem Sabbat und das ist keine Sünde und das, was Jesus macht, ist eine Sünde. Das ist die Gerechtigkeit und das ist die Logik der Menschen, die um jeden Willen nicht akzeptieren wollen, dass Jesus der ist, der prophezeit wurde, dass Jesus der ist, der selber sagt, ich bin es, dass Jesus der ist, der nicht nur in Wort, sondern in Tat seine Autorität zeigt, der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist immer die Logik und die Argumentation von den Menschen, die einfach um jeden Willen nicht akzeptieren wollen, wer Jesus ist. Und so ist es bis heute. Du wirst es Menschen niemals recht machen, die es einfach nicht verstehen wollen. und dabei bleibt es nicht. Sie wollen, sie wollen, sie wollen einfach so in das Eingemachte gehen und dann, es heißt im 19, weiter, 18, es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. So, jetzt heißt es weiter, und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde. Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist, dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Er fragt ihn. Er ist mündig, er wird selbst für sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Und das bedeutet, du kannst direkt deine Zelte packen und weiter mit einem schlechten Ruf. Und ob du in eine neue Dorfgemeinschaft, ob du in einer neuen Dorfgemeinschaft angenommen wirst, ist die Frage. Deswegen tun die meisten, um ja in dieser Dorfgemeinschaft zu bleiben, denn man kann nicht irgendwie seine Ummeldung so einfach und locker machen wie hier. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war und sprachen zu ihm, Gott, die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr auch etwa seine Jünger werden? Sie schmieden ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir sind aber, wir aber sind Mose-Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihm, hierbei ist es doch sehr erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines blind Geborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er dies nicht tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns und sie warfen ihn hinaus. Lieber ein Patient Christi als Doktor der Theologie. Das ist das Thema dieser Predigt, denn dies passt zu dieser Situation. Lieber ein Patient Christi als Doktor der Theologie. Wie viel Wissen wird es uns bringen, über etwas zu erfahren, was wir nicht schmecken. Jetzt fragt ihr, was meint ihr damit? Ganz einfach. Darf ich du sagen? Habe ich schon, danke. Wenn du ein Kochbuch nimmst, ein Rezeptbuch und du willst gerne was kochen, was du noch nie zuvor gekocht hast, etwas Kulinarisches oder etwas Kurdisches, würde ich euch sowieso empfehlen, aber egal, ihr sucht etwas aus und geht dann halt nur noch mal die Rezepte durch. Nachdem ihr die Rezepte auswendig gelernt habt, nachdem ihr alle Möglichkeiten habt, das heißt also eine Waage und hast du nicht gesehen, alles Mögliche, um dieses Gericht zu kochen. Wie gut wird es schmecken, wenn ihr nur dieses Kochbuch einmal durchliest oder auswendig lernt? Würdest du dann sagen, 60 Gramm davon, 70 Gramm davon, 150 Gramm Fleisch und dann Gemüse, das und jenes und die Vorbereitung, riechst du das schon? Alleine nur, wenn ich das lese, alleine nur, wenn ich da mal durch das Kohl, schmeckt das gut. Das wird nicht der Fall sein. Erst wenn wir gekocht haben, erst wenn wir es zubereitet haben und es probiert haben, werden wir wissen, wie es schmeckt und das ist genauso wie bei Gott. Wir können so viel über Gott reden, wir können die Bibel so wie die Pharisäer es auswendig auch können auswendig lernen, wir können so viele gute Bücher, theologische Bücher lesen, wir können unser Doktor machen, wir können an Universitäten über komplexe theologische Themen unterrichten, wenn wir Gott persönlich nicht kennenlernen, wenn Gott nicht in unser Leben eintritt, wenn wir nicht Patienten Christi werden, wenn wir niemals erfahren, wer der Gott ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der in meinem Leben, im Mittelpunkt meines Lebens steht. Niemals, niemals, alleine nur das Wissen wird niemals mich dazu bringen, Gott zu erfahren, sondern alleine nur die persönliche Beziehung, die persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott, Jesus Christus, denn das ist seine wahre Identität, er war, ist und wird sein und er ist, er ist. Und sie werfen ihn hinaus, die Super Theologen, die Super Professoren, raus, raus, dann kann er sich doch fragen, was habe ich denn gemacht. Ich saß dann halt die ganze Zeit da in der Ecke und habe gebettelt. Dankeschön für dein Groschen, Dankeschön für dein Stück Brot, Dankeschön für deine guten Worte, ich vergebe dir für deine Schmähungen, was habe ich gemacht? Ich wollte es noch niemals. Dann läuft Jesus entlang und macht mich sehen und ich sage, wow, ich kann sehen, wow, ist heil geworden, wow, Gott hat an meinem Leben gewirkt, wer war es? Jesus. Es ist Jesus. Was habe ich gemacht? Was ist meine Schuld? Außer dass ich dann halt sage, Gott lebt. Dieser Mann hat wirklich was zu sagen, obwohl ich noch niemals weiß, wer dieser Mann ist. Aber er hat was zu sagen. Glaub mir, wenn dieser Mann betet, wenn dieser Mann seine Hände auf mich legt, hat er was zu sagen, denn Gott hört ihn, das kann ich bezeugen. Das Einzige, was ich nur tun kann, ist, ich bezeuge das, was Gott an mir getan hat, mehr nicht, was habe ich dir angetan? Komplett ausgestoßen, die Eltern, zur Hölle mit ihm, ist sowieso eine Last. Die Eltern, die ihn nicht verteidigen, die Eltern, die dann sagen, nein, er ist alt genug, er soll selbst für sich sprechen, mit anderen Worten, verdammt soll er sein, ist mir egal, Hauptsache ich bin auf der sicheren Seite und ich komme nicht aus der Gemeinschaft raus, Hauptsache ich habe meine soziale Sicherheit, Hauptsache wir können uns per du sehen, begegnen, Hauptsache du hilfst mir in meiner Not und er ausgestoßen, keiner weiß mehr was zu tun ist und wisst ihr was das krasseste ist, dass dieser Mensch nachdem Gott in seinem Leben gekommen ist, mal erkennt, in was für eine Gesellschaft er lebt, dass dieser Mensch die Wahrheit über sein Umfeld erst erkennt, nachdem Gott in seinem Leben eintritt und er die Wahrheit erkennt und ich glaube das haben viele, viele, sehr viele von uns mal erlebt, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, wie viele Widersachen und wie viele negative Stimmen gegen uns gesprochen werden, obwohl wir diesen Menschen nichts Negatives persönlich angetan haben, nur alleine, weil wir Jesus folgen und wisst ihr, was das ist? Es ist die Wahrheit und Jesus sagt nicht umsonst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, kein anderer Weg führt zum Vater außer durch mich. Und dann ist er dann halt verlassen. wo wo soll er hingehen? Sein Leben bestand nur von zu Hause betteln, betteln zu Hause, vielleicht mal da mal sitzen, ein bisschen reden. Er konnte nicht viel erzählen, er war in der Gesellschaft ziemlich unten gewesen, er konnte Leute nicht belehren, er wurde dann als Sünder gesehen. Du bist ganz in Sünde geboren und willst uns belehren, war sein Status. Aber das was zählt ist, sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinaus geforfen hatten und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach, wer ist es her, dass ich an ihn glaube? Ich glaube nicht, dass Jesus dann das hier gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Jesus dadurch zeigen wollte, also hey, mein Freund, klar, hast du mich nicht gesehen, aber vielleicht hat er ihn dann auch von der Stimme nicht erkannt und er fragt ihn, wer ist es her, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube her und er warf sich vor ihm nieder. Du sollst dich vor ihm nicht niederwerfen und ihm nicht dienen. Das ist ein Gebot Gottes, den du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich der Herr, dein Gott bin, ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das war wahrscheinlich etwas, wo sie immer wieder gesagt haben, wer hat jetzt gesündigt, seine Eltern, wer hat gesündigt, sein Großvater, sein Urgroßvater, bis zur vierten Generation und jetzt wirft sich dieser einst blinde Mann vor Jesus nieder. Er verbeugt sich nicht, er wirft sich nieder, weil er erkennt, dass nur einer würdig ist, vor dem man sich nieder werfen kann, darf, soll. Der lebendige Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Namen Jesus Christus hat. Und nun begegnet er seinen wahren Gott, wo er sagt, von jetzt an werde ich mich dem wahren Gott nieder werfen und er erkennt Gott an, weil Gott sich zu erkennen gibt, er sieht Gott, weil Gott sich sehen lässt. Er aber sprach, ich glaube her und er warf sich vor ihm nieder. Und es ist sehr, sehr interessant, so in den letzten Abständen, Vers 39, sagt Jesus und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde, nun aber sagt ihr, wir sehen dabei, daher bleibt eure Sünde. Und es ist schon interessant, wie viele Menschen schon so glauben, dass sie mit Gott sind, aber eigentlich gar keine lebendige Beziehung haben. Das heißt also die Frage, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, woran machst du das aus? Warum bist du gläubig? Wenn dich jemand fragt, bist du Christ? Oder wenn dich jemand fragt, glaubst du? Woran machst du das aus? Was ist der Maßstab, den du verwendest, um diese Frage zu beantworten? Naja, ich habe Kommunion hinter mir, war eine Kinderstunde gewesen, meine Eltern haben mir nichts anderes erzählt, ich bin eigentlich in einer christlichen Familie geboren und aufgewachsen, ich bin Christ, als wäre Christsein irgendwie eine Kultur oder eine Nationalität oder eine Sprache, was man beibringen kann. Wenn du das glaubst und ist für mich eher so eine Kindervorstellung, würde ich sagen, Pusteblume, weil das nicht so ist, man kann dir sehr vieles in die Wiege legen, aber diese Entscheidung triffst du. Letztlich nochmal, dein Wissen wird dich letztlich nicht retten, sondern deine Entscheidung. Was die Pharisäer angeht, ist, sie haben sehr viel Wissen gehabt, aber durch dieses Wissen, durch die ganzen Prophezeiungen, alleine nur Jesaja 53, gut, das ist allein nur Jesaja 53, aber alleine nur die Jungfrauen Geburt, allein nur die ganzen Prophezeiungen, haben das Wissen, was sie hatten, haben sie nicht dazu gebracht, dass sie Jesus erkennen konnten, aber wer konnte Jesus erkennen? nicht 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 Sehenden, sondern die Nichtsehenden, die wirklich gesagt haben, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich bin irgendwie, ich weiß es nicht, aber ich bin irgendwie überzeugt von dir, Jesus, in meinem Herzen, wie dieser Blinde, der auf dem Weg zum Siloer war, so viele Zweifel hatte, aber nur eins im Herzen, irgendwie vertraue ich und ich will es einfach nur versuchen, denn wenn ich es nicht versuche, werde ich die Wahrheit niemals erfahren. Und die Sehenden, Sabbat, sie sind blind und wenn das Gericht Gottes kommt, wird es nur eine Frage geben, hast du deine Schuld am Kreuz reingewaschen, hast du Vergebung für deine Schuld am Kreuz erfahren, Erlebt angenommen, hast du dein Leben Jesus gegeben, dein sündiges Leben und hast du sein heiliges Leben genommen, dass du vor Gott so stehst durch das Blut Jesu Christi wie Jesus selbst, fehlerfrei und jegliche Schuld ausgetilgt. Das ist das Entscheidende und es geht um nichts anderes, es geht um nichts anderes, außer dass wir vor dem Gericht Gottes so dastehen wie Jesus selbst und das geht alleine nur, wenn wir von unserer Schuld befreit sind durch Jesus, das Blut Jesu wascht uns rein und das Gesetz, das Gericht kann uns nicht verurteilen. Wenn wir dann vor Gottes Gericht stehen, dann sieht Gott uns so wie Jesus sieht uns als wie die Jesus dastehen, fehlerfrei, schuldlos, nicht unser Verdienst, sondern alleine aus Gnade. Und ich möchte gerne dich ermutigen, egal wo du bist, egal wer du bist, egal was du bist, egal was du getan hast, egal was du durchmachst, glaube, vertraue und sei überzeugt davon, dass Jesus Christus lebt, dass er dich sucht, dass er dich findet und dass er in deinem Leben mit dir zusammen leben möchte, weil er dich vom ganzen Herzen liebt. Wenn wir nur stückweise verstehen würden und ich glaube, wir verstehen stückweise, wie sehr die Liebe Gottes zu uns ist und die Liebe Gottes ist nicht zu ermessen in der Breite, Tiefe und Höhe, dann würdest du sagen und das damit segne ich euch, wie es in Römer Kapitel 8 31 steht, wenn Gott steht für uns ist, aber wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? In Klammern mit Ausrufezeichen niemand. Weißt du, wenn jeder dich verlässt, dann Gott nicht und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Niemand. Amen. Gott segne euch, Gott bereichere euch und Gott gebe euch die Gewissheit, dass er alle Zeit mit euch zusammen ist. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann lad einfach Jesus ein, denn jetzt lädst du ihn ein und gleich ist er in deinem Leben. Amen. 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 Vielen Dank.